Hallo alle miteinander, es ist wieder der Shibiv Akala Altmeister mit dem Let's Play von Turok Battle of the Bionosaurus und wir sind tatsächlich im vorletzten Level und das letzte Level ist eigentlich ziemlich kurzverhältnismäßig, naja es geht so, aber jetzt sind wir in The Lost Lands, so heißt das Level im Original und kombiniert eigentlich nochmal alle Bereiche, die wir bisher auch schon mal erkundet haben in den vorherigen Leveln und bringt uns vor allen Dingen auch neue Gegnertypen, wie zum Beispiel diese Außerirdischen, diese Alien Infanterie, die aussehen, als wären sie die Nachkommen von Mantis und Raptoren gibt es auch noch, hey, lange nicht gesehen und richtig vermisst dieses Spiel namens Turok Dinosaur Hunter, bei, okay, Battle of the Bionosaurus, weil das ja auch eine Sau ja dann sind, Saurus, Sauruse Tja, und diese Außerirdischen sind tatsächlich eine insektoide Rasse von weit her, und ja, die haben vier Arme oder Armpaare, also sechs Armpaare insgesamt, also sind halt Insekten und keine Spinnen und, äh, ja, wir herrschen Auto, wir bedienen außerirdische Technologie im Schussfahrt, wie man sich denken kann, die greifen man ja nicht nur mit ihren Armen und Mandibeln an, und wir finden hier auch giftige Pflanzen tatsächlich, die es auch gibt in, äh, dem N64-Spiel, da heißen sie dann Killer Plans, und ja, ich weiß nicht, können die sich bewegen? Ich glaube nicht. Ne, die sind stationäre, stationäre Gegner sind das, genauso wie hier auch. Das heißt, die töten einen nur, wenn man direkt in sie hineinläuft, und ich denke mal, die einzige Gefahr, die von denen ausgeht, ist, dass man dusselig genug ist, hier als Hintergrund wahrzunehmen und nicht als, ähm, ja, als Gegner. Ja, aber, wie schon mal gesagt, alles, was hier, was nicht True Rock ist, ist ein Gegner, und draufschießen bewährt sich. Tja. Was witzig ist an diesen Außerirdischen in diesem Gameboy-Spiel ist, dass sie überhaupt keine Schusswaffen haben, die schießen gar nicht. Darf man einfach nur hin und her. Greifen meinen allerdings auch außerhalb des Radius an, also ihres normalen Bewegungsradius. So, und hier gibt, in diesem Level gibt es, ähm, zumindest an dieser Stelle sehr viel schwierige Sprünge. Und auch einige Gegenden, wo man wieder genau gucken muss, wo es als nächstes lang geht. Und wir finden hier nicht nur Killer Plants und Insektoide Außerirdische in diesem Level jetzt, sondern auch Roboter. Angriffsroboter. Und die sind schwierig. Dieser ist noch recht einfach, weil er stationär ist und, äh, recht langsam in der Schuss, äh, äh, Schussreihenfolge hat. Diese, die sich bewegen, sind allerdings weitaus schwieriger. Wenn sie zu dir gewandt sind, schießen sie innerhalb, recht schnell, in einer so schneller Zeit vier Kugeln ab, denen man, äh, ungünstig steht, nur schlecht ausweichen kann. Hier ging das gerade noch, aber... Eigentlich bietet sich für diese Gegner dann an, die Granatwerfer einzusetzen, wenn man weiß, wo sie, äh, dann rumlaufen und, äh, sie aus der Ferne dann damit anzuschießen. Tja. Gehen wir dann mal in diese Höhle, denn wir brauchen immer noch zwei Stücke vom Chrom-Zepter. Und, ähm, ja, finden uns hier wieder in so einer Lava-Höhle wieder. Gleich links finden wir ein paar Tokens und, ähm, ja, noch ein bisschen Munition. Wie man sieht, greifen die Außerirdischen an, die bewegen sich nicht bis ganz an den Rand, aber sobald sie Turok sehen, stürmen sie auf ihn los. Wahrscheinlich als Ersatz dafür, dass sie keine Schusswaffen haben. Und hier sehen wir jetzt einen von diesen Robotern, wo ich ein bisschen weiter nach links laufe, einfach, damit er mich hier nicht abschießen kann, weil ich hier recht wenig Raum zu manövrieren habe. Und ich setze tatsächlich jetzt mal hier den... Was für die Waffe ist denn das überhaupt hier? Was setze ich denn da ein? Auf jeden Fall braucht man dafür, braucht man zwei Schüsse. Das waren doch jetzt zwei Schüsse, oder? Okay, und dabei noch, ähm, finden ein Stück vom Chrom-Zepter in dieser Höhle. Das ist schon mal sehr gut, dann haben wir das schon mal. Jetzt brauchen wir bloß noch die drei Schlüssel. Um ins letzte Level vorzudringen. Aber ja. Was ist denn das? Ich meine, das war irgendeine merkwürdige Waffe. Irgendwas... ...ziemlich, äh, obskures. Das, was mich verwirrend tut. Na gut, guck mal. Ich hab's gleich. Was ist denn da eine merkwürdige Waffe? Quadraketenwerfer? Ne, den haben wir ja schon. Nicht wahr? Vor allem dieser ist ziemlich schwierig. Ich versuch das hier mit dem Schrotgewehr, was auch geht. Allerdings, wie man sieht, ähm, ist es immer schwierig, den Kugeln noch auszuweichen. Es sei denn, man... Es gibt tatsächlich so ein Muster, was man anwenden kann. Man springt, und die Gegner schießen ja in die Richtung, in die man quasi, wenn man zuletzt war. Und so kann man das hinkriegen, dass der Roboter mit dem ersten Schuss nach oben schießt, dann nach unten, dann wieder nach oben und nach unten. Einfach wenn den mal hoch springt und dann nochmal hoch springt. Sodass man ein Muster drin hat in seiner Schuss. Weil man kann nicht zwei Treffern oder Kugeln auf einmal ausweichen, einfach weil sie zu dicht aufeinander folgen. Ja, den... Die Killerpflanze haben wir so weggesprengt. Wie zwar nicht so spektakulär ist, aber man kann es sich vorstellen. Und diesen Raptor haben wir auch weggesprengt. Mit einem ziemlich, äh, luschigen Schuss eigentlich, so aus dem Granatreffer. Und dieser war auch viel zu kurz geraten. Und, äh... Ja, wir werden verwundet und, äh... Mussten es hinkriegen, dass die Roboter mit dem Rücken zu einem stehen. Und dann nach drei Granatreffern sind sie auch weg. Äh... Ah, jetzt weiß ich, was für eine Waffe das war, die wir vorhin eingesetzt haben. Das war der Partikel... Äh... Beschleuniger. Genau. Feuert Hochenergie-Partikel-Bla... Äh... Kugeln ab. Und so, und dieser Fall hier... Das konnte man nicht sehen, dass da unten eine Plattform ist. Und das meinte ich im... Eigentlich im letzten Video schon. Dass es hier tatsächlich richtige Probleme gibt, dann, äh, weiterzukommen. Bis ich das rausgefunden hatte, ist... ... tatsächlich ein bisschen mehr Zeit vergangen, als man jetzt hier in diesem Video jetzt sieht. Aber das, äh... Tja... Hat gebraucht. So. Jetzt denke ich natürlich... Ah, da geht's jetzt weiter, okay. Aber es ist nur ein Raptor. Der sich hier verirrt hat, irgendwo auf die Felsspitze einfach nicht mehr runterkommt. Aber wir erlösen ihn von seinem peinlichen Schicksal und, äh... Wir sehen auch gleich einen stationären... ... Battle-Droiden. Der... ... nicht so viel schneller... Der nicht schneller schießt, als seine Kollegen, die... ... schneller schießen, aber... ... durch unseren Granatreffer auch sehr gut... ... äh... zu treffen sind. Weil er natürlich in so einen schönen Bogen schießt. Tja... Oder... Bogen nach unten. Tatsächlich, äh... Er hat sogar mehr einen Bogen als Detect-Bogen. Weil die Pfeile fliegen geradeaus. Genau wie Kugeln. Nicht so wie im N64-Spiel, wo die dann auch so... ... nach einer Weile da nach unten abdriften. Ich meine, das war im ersten Teil auch so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in, äh... ... Seeds of Evil so war. In der N64. Da waren die Pfeile... ...flutschen so nach unten weg. Eben gar nicht lange in der Luft, sozusagen. Joshua, Fireseed und Tuak dafür, dass sie den Bogen so... ... prominent einsetzen. Fliegen die Teile nicht sonderlich weit. Da ist ja Garret aus, äh... ...Dark Project... ... besser mit dem Bogen als die. Das gibt mir zu denken. So sollte es eigentlich nicht sein. Immerhin seid ihr True Orcs. Indiana. Meister des Bogenkampfes. So, ich versuche hier mit dem Granatwerfer diesen... ... Kerl natürlich wieder abzuschießen, weil die... ... Granatwerfer die... ...coolste Waffe ist im ganzen Spiel. Abgesehen natürlich vom Bogen. Wozu wir auch nochmal kommen werden. Was ich damit jetzt meine. Ja. Ähm... Aber das sehen wir dann jetzt im nächsten Video. In diesem ist es noch kein... ...nicht relevant für uns. Hier ist es nur relevant, dass wir die letztlichen zwei... ... äh... ... Schlüssel finden. Für das letzte Level. Tja. Dieses Level ist tatsächlich ziemlich gradlinig. Das war alles rein. Es gibt keine... Es ist bloß schwierig dann eben den richtigen Pfad zu finden. Das ist das einzige was dieses Level hat. Und eben ein paar sehr schwierige Sprünge oder auch riskante Sprünge, die man machen muss. Und tatsächlich, an dieser Stelle sieht man, wie gut die Minigun gegen diese Außerirde schnell ist. Tatsächlich, weil... ... sie stoppt sie. Mitten im Lauf. Sie feuert so schnell, äh... ... dass... ... ähm... ... die einfach nur stehen bleiben und sich, ja... ... gar nicht mehr bewegen können. Anders als bei dem... ... bei dem, äh... ... Sturmgewehr, weil das schießt ja vier Kugeln ab und danach macht das eine kurze Pause. Was dem Gegner Zeit genug gibt dann, sich wieder zu... ... bewegen, auf einen zuzubewegen. So, das ist hier der Eingang, wo wir zuerst reingekommen sind. Und jetzt bewegen wir uns dann... ... äh... ... nicht mehr unten lang. Zumindest erstmals nicht. Weil jetzt gilt es, die anderen Bereiche zu erkunden. Weiß nicht, habe ich den erwischt? Den Raptor? Oder ist er außerhalb der Reichweite? Wahrscheinlich ist er außerhalb der Reichweite diesmal tatsächlich. So dass wir ihn nicht von unten, äh... ... abschießen können und dass er dann lustig runterfällt als weiße... ... Raptor-Leiche. Aber wir können uns ein bisschen weiter links auf der Leiter positionieren, sodass... ... der Raptor da nicht ganz hinkommt zu uns. Und da habe ich gerade einen kleinen Testsprung gemacht... ... um zu sehen, ob es da was gibt, wo ich landen kann. Und ich habe es gesehen und... ... es geht weiter. Den Raptor konnten wir jetzt von unten erschießen. So, ich gucke nach oben, gucke nach dort, springe da mal kurz vor und äh... ... tja... ... weiß nicht, ob ich den Sprung wagen soll, ich lasse es lieber. Aber... ... denn das hat man irgendwann mal in Tuwok dann gelernt, den man so ein paar Mal gespielt hat... ... dass auch dieser Sprung ziemlich heftig war und äh... ... wenn wir tatsächlich gesprungen wären, von da ganz oben, dann wären wir gestorben. Der Tuwok überlegt den Fall nicht. Und der hat ja auch nur noch einen Lebenspunkt, das heißt, wir müssen sowieso aufpassen mit unserer Lebensenergie. Diese Pflanze war tatsächlich so positioniert, dass sie, wenn wir nicht aufgepasst hätten, uns erwischt hätte. Ja, tatsächlich. Sie erwischen uns mal. Wenn man nicht aufpasst. Also... ... insofern... ... aber gut, das muss man im Spiel sowieso. Vor allen Dingen hier an dieser Stelle, weil hier kommt eine... ... es kommen ziemlich hässliche... ... oder ziemlich genaue... ... Sprungpassagen. Und tatsächlich ein paar... ... die Metrodons... ... äh... ... die Metrodons... ... die an dieser Stelle im Originalspiel tatsächlich ähm schon... ... Cyborg-technisch aufgemotzt sind und Laserwaffen auf den... ... auf dem Körper montiert haben. Und der zweite Schlüssel. Jawohl! Er ist links lang gehen und dann jetzt... ... jetzt gehen wir nochmal rechts lang. Ja. Die sind tatsächlich da schon aufgemotzt worden. Und man erkennt, dass der Campaigner... ... keine Zeit verliert und seine Dinosaurier-Armee weiter ausbaut. Sodass Tuwok quasi in... ... ja, nicht in Erklärungsnot kommt, aber in Zeit-unter-Zeitdruck. Natürlich nicht wirklich, man kann sich ewig Zeit lassen, aber... ... äh... ... das wird dann damit suggeriert. Und wir haben nicht mehr viel Munition für unsere... ... für unsere Energie-Waffen. Und hier schießen wir einen der... ... Roboter einfach nur mit dem Minigun ab. Wäre auch anders gegangen natürlich, aber... ... aber zumindest mal auch andere Waffen einsetzen. Und hier sieht man wieder, wie gut die Minigun... ... die Außerirdischen ist. Jo. Aber wir wollen nicht unsere... ... wertvolle Munition für diese Waffe verschwenden. Weil es ist wirklich eine mit der besseren Waffe. Nicht zuletzt wegen diesem Stunt-Bonus, den sie dann... ... automatisch hat. Weil sie so schnell feuert, dass es die Leute im Lauf staunt. Und dann kann man auch einen ganzen Wald abholzen... ... den man aus dem Film Predator weiß. Predator 1. ... wo ein, äh... ... einer von Arnis Kollegen... ... mit der Minigun den ganzen Wald abholzt. Trotzdem nicht... Ja gut, er trifft ein bisschen was. Er verwundert den Predator, aber gut. Guckt euch den Film selber an. Er ist schön. Klassisches 80er Jahre Action-Kino. Richtig, oh, gemütlich. Das ist noch Action, die ist gemütlich. Das ist mir nochmal aufgefallen, bei welchem Film... Wo hab ich das nochmal gesehen jetzt hier? Achso, ja, bei Evie Icarus. Der lief letztens im Fernsehen auf Arte. Äh, und, äh... Ja. Da gibt's keine schnellen Kamerafahrten und nichts dergleichen. Aber es gibt eine spannende Geschichte und... ... die größte Action-Szene ist eigentlich die, wo der Hauptprotagonist... ... ein etwas älterer Kerl eigentlich... ... ein bisschen schneller läuft. Er joggt. Und das ist dann schon Action. Ohne Wackelkamera und ohne alles. Tja. Und das ist auch Action. Und die bleibt im Kopf. Das hat was mit der... ... Inszenierung zu tun. Mit den Charakteren und mit der Story. Das waren sehr knappe Sprünge hier alles in allem. Die auch nur knapp von mir... ... geschafft wurden. Und da ist die Partikelkanone mal wieder. So sieht sie aus. Gehen wir mal zur Erinnerung. Und ein weiter Sprang. Und diese Außerirdischen haben ein ziemlich starkes Kurzzeitgedächtnis. Wie es für Fliegen üblich ist. Oder Insektoide. Und da ist der dritte Schlüssel. Damit sind wir hier fertig. Ein ziemliches Kurzzeitgedächtnis. Einfach weil sie, ja... ... vergessen wo Turok ist, sobald wir aus dem... ... in die Luft springen. Das reicht schon aus, um sie vergessen zu lassen, dass gerade jemand auf sie geschossen hat. Dann drehen sie sich um. Und ja, versuchen es dann... ... mit bemerken. Aber immerhin, sobald Turok wieder auf dem Boden landet. Also von daher sind ihre Sinne nicht ganz so schlecht. Gut. Aber was jetzt noch fehlt... ... ist eigentlich nichts. Jetzt müssten wir... ... eigentlich wieder... Ah ja, ganz unten angekommen sein. Da wo wir schon mal lang gelaufen sind. Deshalb sind ja auch keine Gegner mehr. Und diesen Sprung zu schaffen, sowohl nach links als auch nach rechts... ... ist ziemlich schwierig. Da muss man schon... ... geübt sein. Und beim N64-Spiel war es ja so, dass Turok... ... kurz bevor er abstürzt... ... in so eine kleine Hock-Animation geht. Und dann war immer das Signal zum Springen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich zurücklaufe. Ich bin ein bisschen verwirrt anscheinend. Ich werde euch einfach nochmal diese tollen Sprühe demonstrieren will. Wo ich gerade drüber rede. Aber ja. Gut. Über diesen Pfad kommt man auch zurück. Oh, das war ein Bereich, den wir noch nicht... Ah, okay, gut. Dann hat uns tatsächlich hier was gefehlt. Hier treffen wir noch mal die Partikel-Kanone. Die wir aber nicht mehr einsetzen werden. Denk ich? Nee, ich meine nicht. Bleiben wir uns an. Schrotflinte. Die Waffe schlechter. Aber wie gesagt. Im N64-Spiel geht Turok dann in so eine kleine Hocke. Und das ist dann für den Spieler das Signal, die Sprungtasse zu drücken. Und das funktioniert eigentlich ziemlich gut insgesamt. Äh, diese lustige kleine Funktion hat Turok in diesem Spiel nicht. Das heißt, wenn man ein bisschen so weit geht, dann stürzt man ab. Man muss also schon recht früh lernen oder sich beibringen zu wissen, wann Turok springen kann und wann er es besser lassen sollte. Ja. Wann man die maximale Sprungweite erreicht. Es sind auch nicht allzu viele Stellen im Spiel, wo man das wirklich beherrschen muss. Aber, ja. Wenn man es dann beherrscht, dann ist man doch recht froh darüber, wenn man es dann auch entsprechend einsetzen kann. So, das war Level 7. Äh, die verlorene Welt. So heißt eigentlich die ganze Welt, aber in diesem Fall ist das Level auch nochmal so. Und wir sehen uns dann beim letzten Level. Bis dann. Bis dann wieder. Bis dann. Bis dann. Bis dann. B Collen, wenn es wiederrum Nemiren ist. Bis dann. Bis dann. Untertitelung. BR 2018